Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Als erstes möchte ich das gerne wie immer als Dauerwerbesendung kennzeichnen, einfach weil ihr hier überall Sachen seht, die ihr dann vielleicht auch haben wollen würdet oder auch einfach gleich die Bücher, die ich euch zeigen werde. Ja, alles was ich euch zeige, da steht es auch noch mal, alles was ich euch zeige, schreibe ich euch unten in die Infobox, damit ihr das ganz leicht wiederfinden könnt und ihr nicht lange suchen müsst und dort findet ihr auch meine ganzen anderen Kanäle, wenn ihr auf dem aktuellen Stand der Dinge sein wollt. Dann schaut da mal vorbei, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Ja, ich dachte, ich drehe euch mal wieder ein TBR ab, also Bücher, die ich demnächst gerne lesen würde und zwar der TBR für November. Das erste Buch, was ich euch da rausgesucht habe bzw. vorab noch mal, wie ihr wisst, kann sich das ja auch immer mal ändern so mit der Leselust, dass ich in dem einen Moment Lust habe, das zu lesen und dann am nächsten Tag dann doch nicht mehr so. Aber ich finde, vom letzten habe ich echt viele dann doch noch gelesen gehabt. Ja, also das erste Buch ist von Diana, oder Diana Wine Jones, Fauler Zauber. Das habe ich noch nicht gelesen und ich finde die Aufmachung echt schön. Das ist ja die Person, die auch das Wanderende Schloss, die Trilogie zum Beispiel, geschrieben hat. Davon habe ich ja die ersten beiden Bände gelesen. Die fand ich echt gut und das ist ein für sich alleinstehendes Werk. Ich überlege gerade, ich lese euch das einfach mal vor. Auslandslos alle. Die Zauberer, Soldaten, Bauern, Drachen und Elfen haben die Nase voll von Mr. Chasenys Fliegerfahrten. Jahr für Jahr fallen Touristengruppen aus einer benachbarten Welt in Dirk Home ein, um ein klassisches Fantasy-Abenteuer zu erleben mit allem, was dazu gehört. Bösen Magierinnen, gefährlichen Drachen und den furchteinflößenden dunklen Fürsten. Stets werden andere Bewohner des Reiches dazu auserwählt, diese Rollen zu übernehmen. Aber dieses Jahr reicht es den Leuten. Mr. Chasenys Mag einen mächtigen Dämonen an seiner Seite haben, doch ein Orakel weiß Rat. Nun ist es an Zauberer Dirk und seiner Familie aus Menschen und Greifern oder Greifen, den Verwüstungen Einheit zu gebieten und ihre Welt zu retten. Ja, da ihr, wie ihr wisst, ich ja aktuell auch gerne Fantasy lese, könnte mir das auch echt gut gefallen und deswegen habe ich es ja auch und möchte es jetzt aber auch demnächst mal lesen. Neil Gaiman sagt dazu, niemand erzählt so magische Geschichten wie Diana Wine-Jones. Ja, das ist das erste Buch, was ich euch rausgesucht habe. Das zweite, das gibt schon ein bisschen länger, von Jonathan Stroud, die Bartimeos-Reihe, das Amulett von Samarkand. Da haben mir die beiden Glimmerfeen, Hallöchen, auch schon gesagt, dass ich das doch auch endlich mal lesen könnte, weil das so gut ist. Aber ich habe es irgendwie immer noch nicht gelesen, obwohl ich schon die ganze Reihe da in meinem Regal stehen habe. Da ganz oben, ne ne, 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 aber irgendwie bin ich dazu noch nicht gekommen. Mal gucken, ob ich es jetzt demnächst schaffen werde. Die Temperatur im Zimmer sank rasch. Eis bildete sich auf den Vorhängen und überzog die Deckenlampen mit einer dicken Kruste. Die Glühfäden sämtlicher Birnen schnurrten zusammen und verglommen und die Herzen, die wie eine Kolonie Giftpilze aus jeder freien Fläche Sprossen erloschen. Der Schwefeldamm verdichtete sich zu einer dicken Rauchsäule. Dann tauchten mitten im Raum zwei gelbe stechende Augen auf. Ja. Deswegen, ich finde, das hört sich schon gut an und ich möchte es ja auch gerne mal lesen. Und ich hoffe, dass ich das dann auch bald mal tun werde. Zumindest den ersten Band dann erstmal. Dann, das Buch liegt auch schon länger von mir rum, bei mir rum, von J.K. Rowling, der Ickebock. Ja. Worum es da geht, das weiß wahrscheinlich nur der, der es schon gelesen hat, weil die Beschreibung ist folgende. So hoch wie zwei Pferde, Augen wie glühende Feuerbälle, lange messerscharfe Klauen, der Ickebock kommt. Was ich noch weiß, das spielt irgendwie in so einem Schlaraffenland oder so. Es ist auch illustriert und zwar gab es da wohl einen Wettbewerb für Kinder und der die schönsten Bilder gemalt hat. Der durfte das denn hier eben, ja, illustrieren. Hier ist eine ganz nette. Ich würde gerade mal gucken, ob ich euch davon was zeigen kann. Hat einer von euch das denn schon gelesen? Das würde mich mal interessieren, wie ihr das fandet. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen zwiegespalten, so wenn man da nach den Bewertungen guckt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich das auch gerne lesen. Ich hatte ja auch von J.K. Rowling ein plötzlicher Todesfall gelesen. Das fand ich gut. Das war ja so ein Krimi. Ich würde es gerade Krimi sagen. Ich kann mich ja tatsächlich an die Story auch nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch, dass ich es damals halt gut fand. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie das hier dann sein wird und ob ich dann da auch demnächst dann endlich mal zugreifen werde. Ja, das nächste Buch ist von Shirley Jacksons Spuk in Hill House vom Fester Verlag. Da habe ich tatsächlich die Serie schon gesehen und die hat mir echt gut gefallen, weil es einfach mal wieder so eine schöne, gruselige Spuk-Horror-Serie war. Und das ist halt das Buch dazu, beziehungsweise das Buch gab es zuerst. Die Serie ist nach dem Buch eben gemacht worden. Und Stephen King sagt dazu, einer der wirklich großen, unheimlichen Romane. Und da ich ja auch gerne ja nicht nur Fantasy, sondern halt auch so gruselige Spuk-Sachen lese, weil ja gerade Herz ist und das gut in die Jahreszeit passt, möchte ich das auch schon demnächst lesen. Aber so viele Bücher, so wenig Zeit. Und dann kommt hier und da nochmal ein Rezi-Exemplar und dann schiebe ich andere Bücher wieder nach hinten. Aber eigentlich möchte ich es schon sehr gerne jetzt auch mal lesen. So, dann kommen wir schon zu dem letzten Buch, was ich euch rausgesucht habe. Und zwar ist das von Lauren Graham. Einmal Gilmore Girl, immer Gilmore Girl. Ja, das ist so ein bisschen autobiografisch, aber eben von der... Okay, ich mache es schon wieder. Von der Schauspielerin eben, die Lorelei Gilmore gespielt hat und eben auf diese Rolle bezogen. Und weil ich ein absoluter Gilmore Girl Fan bin und das auch immer mal wieder gucke, interessiert mich das Buch schon sehr und möchte es auch gerne demnächst mal lesen. Und ich bin gespannt, ob das so sein wird, wie ich es mir vorstelle. Aber da werde ich euch dann natürlich auch drüber auf dem Laufenden halten, wenn ich es denn gelesen habe. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr das vielleicht kennt. Ich sehe gerade, das ist auch mit Bildern aus der Serie. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ja, 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 das könnte mir gefallen. Genau, ob ihr das vielleicht gelesen habt oder andere Bücher von meinem TVA oder was bei euch noch dringend auf der Liste steht, was ihr demnächst gerne lesen würdet und irgendwie auch nicht dazu kommt. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert das Blöckchen. Ich freue mich immer über jeden, der neu dazukommt und ansonsten hoffe ich, ihr habt eine gute Zeit. Lasst euch nicht ärgern und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut!